Wir haben heute den dritten Tag unseres intensiven Seminars und ich möchte euch mal ein paar geheime Einblicke geben, was hier hinter den Kulissen passiert. Kommt mal mit! Hier vorne ist der Carsten, Gründer und Leiter der Dr. Carsten Buse Akademie. Er zeigt den Teilnehmern gerade die 7-Step-Reframe-Technik. Im Verlauf der fünf Tage bekommen unsere Teilnehmer unheimlich viele Techniken beigebracht. Wir beschränken uns aber nicht nur auf theoretisches Wissen, sondern wir legen extrem viel Wert darauf, dass unsere Teilnehmer möglichst viel praktisch üben. Deshalb beginnen unsere Tage hier von morgens 9 Uhr und gehen bis spät in den Abend. Darüber hinaus schauen wir, wie wir unseren Teilnehmern beibringen, die Hypnose zu kombinieren mit anderen Techniken, die sehr nah dran sind. So können wir zum Beispiel Jürgen Bracke hier sehen, der die Hypnose mit der Anliegenmethode kombiniert. All unsere Teilnehmer durchlaufen einen intensiven emotionalen Prozess während des Seminars. Denn wir wollen nicht nur, dass unsere Teilnehmer die Techniken lernen und üben, sondern dass sie die Wirkung dieser Methoden auch an sich selbst erleben. Und jetzt kommt das absolute Sahnehäubchen. Wir sagen, unsere Teilnehmer sind nach dem Seminar bereit, rauszugehen in die Welt und möglichst vielen Menschen zu helfen. Deshalb haben wir etwas ganz Spezielles vorbereitet. Jeder unserer Teilnehmer bekommt ein professionelles Video von seinen Hypnosefähigkeiten erstellt. Darüber hinaus geben wir unseren Teilnehmern die Grundlagen, die sie benötigen, um digital sichtbar zu sein. Denn wir wollen, dass unsere Teilnehmer möglichst vielen Menschen helfen. Und jetzt freue ich mich, dich demnächst bei einem unserer Seminare willkommen zu heißen. Vielen Dank. Vielen Dank. Vielen Dank. Vielen Dank.